so hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren spiel aus der reihe spiel die demo wir spielen heute die demo von battle for gaming oder gambling je nachdem ich check vorher die options dieses spiel scheint ein bisschen eine kritik an diesem ganzen lootboxen und dlc dings zu sein zumindest wenn ich der beschreibung glauben darf gambling wir starten ein spiel und sagen einfach pass schon und legen los battle for gaming bs loading press c for some light go to the hub and subscribe oh die mausie langsam so the box slot machine try your luck with the box slot machine jukebox im mood for some music one dc ammo stacks of ammo get more money from your bank account to throw at loot boxes ok wir können hier jetzt mal sagen fluff ok meine bank balance ist irgendwas not enough dc dlcs upgrade to unlock bonus combo requires 3 dlc fragments to upgrade all other upgrades must be completed first block color upgrade to see different block colors live services ok go to the hub and subscribe live services ok go to the hub and subscribe live services ok go to the hub and subscribe live services ok Mazda h期 Belich ist właściwie operators gibt es größer patient live ist Cort Legend über das réal gemacht hat Leben ый Cuid bei der Internet gibt john Recurrent User Fee Your recurrent fee you have to pay as part of your chosen life services. All life services are not paid to win. Life services are implemented in order to increase player choice and to give pride and accomplishment. All life services are excluded from this rule. Now blow up the grey block with space and kill the loot boxes with the grey block. Hold space to explode. We thank you for your payment. Okay. Bäm. Das Spiel ist ein bisschen seltsam. Da geht es auf jeden Fall runter. Okay. Bäm. Das Spiel ist wirklich ein bisschen seltsam. Bäm. Bäm. You can use DLC Fragments to upgrade. Go to the Hub and spend them. Bäm. Current Score. DLC. Aber ich sehe doch, ah, ich habe einen DC. Ich habe 1000 Loot Boxes. Stacks of money. Get more money from your bank account to throw at loot boxes. Fills up your ammunition. Ok. Upgrade to see the different block colors. Overload. Upgrade to give you a plasma rifle. Wofür denn jetzt? Further points. Degrease the cooldown. Overloaded weapons. More initial damage. Ok. Ok. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal da lang, ne? Ich habe keine Ahnung, wo es da hingeht. Ist mir auch egal. So ein bisschen decent-like. So ein bisschen decent-like. Und... Bäm. Danke für die Bezahlung. Ja. Habe ich gerne gemacht. Ähm. Da gibt's noch eins. Zack. 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 Uah. Da ist ja direkt einer. Da wollte ich noch gar nicht hin. Da wollte ich hin. Ehm. Und ich wollte vorher... Ach man. Upgrade to unlock different enemy types. Completely upgrade to unlock type combos. So. Block color. Upgrade to see the different block colors. Schön. Also DLCs habe ich jetzt keine mehr. Ähm. Da oben gibt's noch. Bäm. Und... Sprengen wir. Ey. Schön. Das wollte ich doch gar nicht. Hallo. Ich will hier weg. Ich will dich vernichten. Ah. Jetzt geh mir halt auf den Zeiger. So. Wie gesagt. Die Maustörung. Ja. 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 Ich hab dich verstanden. Ja. 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 Gut. So. Wo gibt's noch graue Dinge? Da gibt's noch ein graues Ding. Das ist kein graues Ding. Ok. Da vielleicht. Da vielleicht. Ja. Ja. Jau. Ja. Jau. Ja. so wo gibt es hier noch grauen ach da ist noch ein grauer ich habe das nicht schon weg gemacht you can use dlc fragments ja blablabla so was gibt es denn hier für dlc ist jetzt noch was ich haben will nö enemy typen will ich keine plasma fire rate upgrade to increase the fire rate of your plasma rifle complete upgrade to unlock a second plasma rifle fluff so rocket fire rate enemy colors upgrade carry capacity drop chance of dlc number of green orbs melee point upgrade to increase max melee points movement speed ok kann man alles verbessern da ist schon wieder etwas graues ok das ändert nichts ich weiß nicht wo es weitergeht da unten offenbar bämm 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 ah ja reload bämm 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 so ähm gibt es da noch was so da vielleicht ab bämm ab so ähm blub 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 okay ok habe ich da wieder was zerlegt ich finde Ah, ist sie jetzt hier ein grauer? Nö, immer noch nicht. So, ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Da vielleicht? Oh Gott. Your magazine is empty. Repressed. Bam. Danke für die Bezahlung. Ja, ja, nichts für ungut. DLC-Fragment. Ja, vielleicht soll ich mal die... Ähm... Genau. So. Da gab es ja auch noch einen. So. 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 so geht es hier noch irgendwie weiter prepare yourself we box is coming gut ist ah 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 hilfe 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 ich werde bedroht ich werde high score one ja super okay das war quasi battle for gaming eine kleine kritik an diversen spielemechanismen die sich derzeit versuchen in unserer spiellandschaft zu etablieren war nett zu spielen war sehr anstrengend also eigentlich fast nicht nett zu spielen es war anstrengend zu spielen ich bedanke mich an dieser stelle jedenfalls für die aufmerksamkeit wünsche euch noch eine tolle zeit und cheerio mit o